Headshot, Headshot, das war ja klar Hajo, hol mir, hol mir einfach Ah, drück mal an Headshot, geil, oder? Warum glauben wir dem sein Vorrede? Ich kann ihn killen und dann kann ich sein nennen Ist ja voll mies, Alter Alter, ist das mies Das war halt schon... Alter, das war richtig assi Oh Mann, Alter, das war richtig assi Warnung Sie müssen diese Information richtig befolgen Und auch richtig zuhören Ansonsten könnte dieses Video Sehr verstörend auf Sie wirken Joa, und ansonsten eigentlich Ach, guckt es euch einfach an Servus ihr flauschigen Ananas-Lutscher und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Teilweise TV. Heute gibt es was ganz Spezielles, nämlich ein Supply Drop Opening. Ich habe extra ganz viele gespart und ja, am Anfang ein kurzer Fun-Clip. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich fand das voll witzig irgendwie. Und ja, also wir haben 84 Supply Drops, äh, ich meine Krypto-Punkte. Und wir legen jetzt auch gleich mal los und öffnen das Erste. Was ist drin? Achtung, es geht los und... Normal, normal, nein, selten. Unnormal, also das normal, das feiere ich ja richtig, aber wieso steht so ein scheiß seltene Kacke drin? Das geht gar nicht klar. Kommen wir gleich zum nächsten. Aufmachen und... Selten, was für scheiß selten, Alter, ich will doch das gar nicht. Normal, Alter, zweimal normal. Wenigstens noch zweimal normal. Das feiere ich jetzt richtig. Oh, ich darf nicht zu laut werden. Ich sehe gerade das übersteuert leicht. Alter, scheiß normal, aber zum Glück zweimal Ding. So, nächstes öffnen und was ist drin, Alter. Hau mir raus, hau mir raus, Alter. Normal, Alter, yes, man, normal, normal, Alter. Wie nice die Tarnung in die normalen, Alter. Ultra geil, dass ich jetzt wieder normal dreimal gezogen habe. Hammer shit, Alter. So muss es aussehen. So, öffnen wir noch eins und was ist drin? Klatsch raus, klatsch raus. Normal, Alter, yes, man. Normal, Alter. Normal, Alter, so muss es aussehen, Alter. Nice shit. So. Vier können wir noch aufmachen. Normal, Alter, komm. Gibs raus, haus und haus. Normal, Alter, yes, yes, Alter. Oh, Mann, was sehe ich mit Scheißselten, Alter. Richtig kacke. Öffnen wir mal, komm. Bitte wieder normal, Alter. Normal. Yes, Alter. Yes, so muss es aussehen, Alter. Dreimal normal. Und öffnen wir noch eins. Ich sage euch jetzt eins. Jetzt ist Messi in Form, Alter. Ich will unbedingt Messi in Form. Komm, komm, komm. Bäm, Alter, Messi in Form, Alter. What the fuck, Alter. Ich habe den einfach mal gezogen, Alter. Schon nice. So, letztes. Öffnen und was ist drin? Komm, Ronaldo in Form. Ronaldo in Form, Alter. Komm, komm, komm. Scheiß legendär, Alter. Bäm, Alter, Messi in Form. Äh, Ronaldo in Form meine ich. Nice, Alter. Aber wieso kriegst du so eine scheiß legendär Kacke, Alter? Schon voll der Rotz, Mann. So, Leute. Das war es jetzt dann auch schon wieder. Hier gerade 80 Krypto-Punkte rausgeklatscht, die ich sehr lang erspart habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr auch Ronaldo oder Messi in Form schon gezogen habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin dann raus. Und ciao. Also, Ich bin' segongeb poles. Und ja, Und ja, Feld Kasselt. Und ja, Und ja, Bis zum nächsten Mal.